Hallo, lassen Sie uns über Lastbalancierung reden. Zunächst mal zur groben Einsortierung. Was meine ich, wenn ich von Lastbalancierung rede, Load Balancing? Wir haben, und vielleicht ist das mit einer Skizze am besten erklärt, wir haben die folgende Aufgabe bei Load Balancing. Wir haben einen Strom von Anfragen mit einer Rate Lambda, Anfragen pro Zeiteinheit. Ankommend bei etwas, das ich jetzt für das folgende einmal Frontend nennen möchte. Und wir haben dahinter mehrere Worker. Worker 2, Worker 2. Und hier kommen viele, viele einzelne Anfragen, vielleicht mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger pro Zeit, stellen sich das hier als die einzelnen Anfragen vor. Dieses Frontend hat jetzt die Aufgabe, sich zu überlegen, welche Anfrage es an welchen dieser Server weiterreicht. Load Balancing meint, dass die Last, die auf diesen einzelnen Servern, auf diesen einzelnen Workern hier ankommen sollte, ungefähr gleich sein sollte. Also Ziel, Last gemittelt über der Zeit. Natürlich wird sie instantan immer sich etwas schwanken. Gemittelt über Zeit. Ungefähr gleich. Warum macht man das? Naja, das Argument ist relativ simpel. Stellen Sie sich das wieder als ein Curing-System vor. Nehmen Sie an, Sie hätten hier eine einheitliche Service-Rate. Lambda ist die Anfragerate. Und µ ist die Abarbeitungsrate. Oder Service Rate. Wenn Sie jetzt hier in Ihren Warteschlangen große Unterschiede sehen und sich daran erinnern, dass die erwartete Wartezeit ja, 1 durch 1 minus Lambda durch µ ist und Sie jetzt hier ein Lambda 1, Lambda 2, Lambda 3 produzieren, sodass die Summe der Lambda i gerade Lambda ist, dann sehen Sie relativ schnell, das ist etwas rumgerechnet, dass es zur minimalen mittleren Antwortzeit führt, wenn Sie die Last gleich verteilen, sodass hier diese Warteschlangen im Mittel immer gleich voll sind. Das ist das mathematische Argument dafür. Es gibt noch das weitere Argument für den Ausfall. Angenommen, eines dieser Systeme fällt Ihnen aus, wenn es jetzt ausgerechnet das System war, das schon viel Last in seiner Warteschlange hatte und Sie vielleicht auch noch die Warteschlange damit verlieren, dann hätten Sie viele Anfragen verloren. Das wollen Sie auch nicht unbedingt, das ist vielleicht auch ungeschickt. Also, wir möchten gerne in einer solchen Situation, in der wir Anfragen von einem System an weitere, mehrere Systeme dahinter weiterreichen, gerne eine Gleichverteilung davon. Als Randbemerkung, unter Energieeffizienzgesichtspunkten ist das typischerweise nicht sinnvoll. Da ist es sinnvoller, wenn Sie die Last auf möglichst wenige Systeme zusammenziehen, um andere Systeme abzuschalten. Das ist aber nur sinnvoll, wenn Sie wirklich abschalten können. Bleiben wir hier im Lastbalancierungsfall. Was muss ich mir dazu jetzt überlegen? Das hat zwei Aspekte. Das hat erstens den Aspekt, dass ich mir den Mechanismus überlegen muss, wie ich das tatsächlich tue. Wie gebe ich jetzt tatsächlich die Anfragen von einem Klienten an meinen mehreren Server weiter, an meinen mehreren Worker weiter, sodass ich tatsächlich korrektes semantisches Verhalten bekomme. Das zweite ist der sogenannte Policy Aspekt. Wenn ich eine Anfrage habe, an welchen von mehreren möglichen Workern gebe ich es denn weiter? Also der Unterschied zwischen das, wie gebe ich es und an wen gebe ich eine Anfrage weiter? Für die Diskussion hier in diesem Teilabschnitt möchte ich Policy ignorieren. Nehmen wir mal an, wir wüssten für eine Anfrage, wie wir sie, an wen wir sie weiterreichen. Wir konzentrieren uns hier auf den Mechanismus Aspekt. Policy machen wir zum Schluss dieses Teilabschnitts, wenn wir über Loadbalancing Policies reden. Allgemein ist das aber ein ganz charakteristischer Unterschied. Das ist etwas, was Sie in ganz vielen Problemen der verteilten Systeme, der Rechnernetze, generell IT-Systems finden. Der Unterschied zwischen Mechanism und Policy, das wie tue ich es und wie parametriere ich es, wie fälle ich Entscheidungen. Der Mechanismus sagt Ihnen, wie machen Sie es, die Policy sagt Ihnen, wie treffen Sie Entscheidungen da drin. Das ist ein sehr schönes, weil auch überschaubares Beispiel für diese Unterscheidung. So, lassen Sie uns über Mechanismen reden. Ich fange mit einem Beispiel an, das falsch ist, um das gleich klar zu machen. Das ist ein falsches Beispiel. Machen wir einen naiven, inkorrekten Ansatz als Strohmann. Sie kennen vielleicht den englischen Ausdruck des Strohmanns, etwas, das Sie wissen, dass es nicht funktioniert, aber das Sie benutzen, um es zu attackieren und zu sehen, wo es auseinanderfällt. Also, meine Idee ist folgendermaßen. Ich habe zur Struktur hier einen Klienten, der eine IP-Adresse hat, 5678. Ich habe eine Server-Farm, die aus mehreren Teilen besteht. Die hat einen Router, dem gebe ich auch eine IP-Adresse, 1231. Ich habe ein Frontend, das ist das entsprechende Pendant zu dem, was wir uns als Dispatcher ausgedacht haben, im Einprozessfall. Das ist das Frontend, läuft auf einem eigenen System, hat seine eigene IP-Adresse, 1232. Und ich habe im Allgemeinen mehrere, hier aber nur einen einzigen gezeigten Worker, 123101. 102, 103, 104, 105, zeige ich alle hier nicht. Wie gesagt, das Policy-Problem machen wir später. So, der Klient wird sich jetzt fragen, ich möchte gerne auf die Webseite www.blad.com zugreifen. Woher weiß er jetzt, welche IP-Adresse? Er muss mit DNS reden. DNS schauen wir uns gleich noch im Detail an, aber die Grundidee DNS als ein Namensauflösungssystem, die hatten wir uns ja schon mal angeschaut. DNS wird Ihnen sagen, ja, www.blad.com, das findest du bei diesem Frontend, 1232. Also, Sie bekommen als Antwort 1232 zurück auf Ihre Anfrage, wo finde ich denn blad.com. Naja, und dann passiert das, was naheliegenderweise passiert. Sie schicken über das Internet, über diesen Router, an dieses Frontend, Ihr get HTTP-Command, auf irgendeine home.html, was auch immer. Und das Frontend hat sich jetzt entschieden, dass es diese Anfrage gerne durch diesen Worker abgearbeitet haben möchte. Und reicht das IP-Paket entsprechend hierhin weiter. Auf IP-Ebene müsste man sich jetzt noch genau nachdenken, wie das eigentlich funktioniert, welche IP-Adressen hier eigentlich dastehen. Passiert das auf IP oder passiert das eigentlich auf Ethernet-Ebene? Nochmal eine interessante Frage. Ignorieren wir jetzt hier für einen Moment. Was wir jetzt hier tun, weil wir ja schlau sind und effiziente Lösungen haben wollen, wir haben jetzt hier das bearbeitet, haben gefunden, was wir hier ausliefern sollen, von Platte gelesen, was auch immer, und schicken jetzt direkt vom Worker die Antwort an dieses Gerät hier zurück, an den Client zurück. Naja, und das schreiben wir natürlich als Absenderadresse, wie sich das gehört, meine eigene IP-Adresse rein. 1.2.3.101. Okay? Alles gut, kein Problem. Das wird hier weitergeleitet, das wird hier weitergeleitet, das kommt dann auch irgendwie an. Und was passiert jetzt? Was passiert beim Client? Beim Client passiert was komisches. Beim Client passiert folgendes. Sie haben eine Anfrage, eine TCP-Anfrage an 1.2.3.2 geschickt und Sie bekommen eine Antwort von 1.2.3.101. Was haben die miteinander zu tun? Die haben nichts miteinander zu tun. Das ist für den Client überhaupt nicht ersichtlich oder plausibel, dass dieses Antwortpaket, dass dieses IP-Paket eine Antwort zu dieser Anfrage ist. Die werden nicht zu der entsprechenden TCP-Verbindung zugeordnet werden. Das ist der sogenannte TCP-5-Tappel, das da eine Rolle spielt. Aber wie auch immer, es gehört nicht zu dieser TCP-Verbindung. Das heißt, er wird dieses Paket hier, dieses IP-Paket, einfach verwerfen. Es ist ein Paket von einer nicht erwarteten IP-Adresse, das behauptet, eine Antwort zu sein. Da könnte ja jeder kommen. Da könnte jeder kommen und Ihnen irgendwelche Antworten schicken. Also ganz so dämlich stellen wir uns nicht an. Natürlich schmeißen wir als Client dieses Paket hier weg. Okay? Ja. Jetzt könnte man natürlich sagen, und wäre das eine richtige Vorlesung, würden wir das jetzt sicherlich interaktiv diskutieren können. Von daher, ich hoffe, dass Sie das jetzt trotzdem noch irgendwie im Video nachvollziehen können. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, aber das ist doch hier, hier war doch das Problem. Wieso habe ich mich denn hier entschieden, als Absenderadresse 1.2.3.101 reinzuschreiben? Das ist doch eine idiotische Idee. Natürlich wird der Client so reagieren. Ich bin doch noch schlauer. Ich schicke doch hier als Worker mein IP-Paket mit der Absenderadresse 1.3.2 los und werde es hier entsprechend lossenden, sodass der Client hier denkt, wunderbar, das ist die richtige Absenderadresse. Das ist genau das Paket, das ich haben möchte. Interessanterweise, das funktioniert auch nicht. Das hat jetzt weniger mit verteilten Systemen zu tun. Das hat mit der Struktur von IP, ARP, Firewalls etc. zu tun. Das ist ein schöner Punkt, über den Sie mal nachdenken können. Gerade wenn Sie eine Rechnernetze-Vorlesung schon hatten, sollte Ihnen das klar werden, was die Probleme dabei sind. Das können wir dann gerne online mal besprechen. Hier möchte ich das eigentlich nicht weiter vertiefen. Wenn das hier jetzt aber also nicht funktioniert, wenn ich also nicht direkt von dem Worker Pakete zurückschicken kann, Na gut, dann finde ich mich damit ab. Dann schicke ich das Paket halt wieder zurück an das Frontend. Also, tatsächlich eine funktionierende Lösung wäre, ich mache genau das, fast genau das, was ich eben getan habe, schicke aber die Antwort über das Frontend zurück. Will folgendermaßen aussehen. Mein Client schickt wieder seine URL an DNS, bekommt die IP-Adresse des Frontends zurück, schickt sein GET, schickt sein GET. Das Frontend reicht dieses GET-Kommando weiter an den Worker und bekommt ein Reply zurück. Hier müsste man sich jetzt noch scharf nachdenken, genauer überlegen, was jetzt hier wieder auf IP- und Ethernet-Ebene eigentlich passiert. Lassen Sie das mal weg. Das würde eine Vertiefung in Rechnernetze hier erfordern, damit man sich hier klar macht, welche Pakete hier eigentlich unterwegs sind. Das ist auch eine schöne Hausaufgabe, wenn Sie das vertiefen wollen. Also, wir schicken das hier an das Frontend zurück. Und das Frontend schickt das Paket hier über den Router an den Client zurück. Und der Client findet alles gut. Das ist genau das, was er erwartet hat. Er hat hier genau diese Antwort bekommen. Ist das eine gute oder eine schlechte Lösung? Wie sieht das denn aus? Naja, es hat sicherlich den Vorteil, es ist eigentlich ziemlich simpel. Es funktioniert alles ganz gut. Es passt auch gut mit der TCP-Semantik zusammen. TCP-Semantik hat diese Vorstellung ebenfalls von einem Fade-Sharing, dass die Verbindung, solange erst dann bestätigt werden darf, dass die Daten erst dann bestätigt werden dürfen, wenn es der eigentliche Client empfangen hat und erst dann Sie eine Verbindung abbrechen können. Es passt also auch gut mit der TCP-Semantik zusammen. Das stimmt soweit alles. Aber, und das ist jetzt natürlich doch ein signifikantes Aber, was haben wir denn hier erreicht? Wir haben jetzt zwar hier Arbeit für das eigentliche Bearbeiten der Anfrage auf unsere Worker ausgelagert, wie gesagt, hier sind ganz viele, aber das Abwickeln des eigentlichen Netzverkehrs, das machen wir immer noch über das Frontend. Und das kann schon Arbeit sein. Und ein zweites Problem, das wir noch nicht gelöst haben, ist, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt einen nicht völlig zustandslosen Verkehr, zustandsloses Applikationsmodell habe. Das mag bei Web ja noch funktionieren, aber ich habe ja die Behauptung aufgestellt, dass das auch für allgemeinere Client-Server-Systeme funktionieren soll, bei denen vielleicht durchaus Zustand zwischen Client und Server oder Client und Worker existiert. Schauen wir uns das kurz an, was da passieren würde. Wenn ich also diese Lösung 1 mir anschauen würde, aber im State-Full-Fall, was würde denn dann passieren? Ich habe den Client, ich lasse das DNS jetzt weg, das spielt hier keine Rolle, der Router spielt jetzt hier auch erstmal keine Rolle. Ich habe mein Frontend und ich habe meinen Worker und es ist State-Full. Das würde ja heißen, ich gebe von Client an Frontend und ich habe tatsächlich Worker 1 und Worker 2. Die brauchen wir jetzt, um uns das hier klar zu machen. Ich gebe die Anfrage an Worker 1 zurück und jetzt lege ich hier Zustand an, der irgendwie spezifisch für diesen Client ist. Markieren wir das grün, damit wir hier grünen Zustand haben. Wir machen gleich noch einen roten Client dazu. Dann gebe ich hier eine Antwort zurück, gebe die Antwort zurück und soweit alles gut. Aber was passiert jetzt? Jetzt kommt eine zweite Anfrage, die darauf Bezug nimmt, die den Zustand weiter bearbeiten möchte. Was muss ich mir jetzt hier im Client überlegen? Ich muss mir hier im Frontend überlegen. An dieser Stelle muss ich nachdenken und herausfinden, dass Client a zugeordnet wurde zu Worker 1, weil nur auf Worker 1 dieser Zustand existiert. Ich muss es hierhin weiterleiten. Würde ich in korrekter Weise diese Anfrage an Worker 2 weiterleiten, würde ich hier ja versuchen, auf einen grünen Zustand zuzugreifen, den es hier aber nicht gibt und damit würde das scheitern. Das heißt, ich muss mir jetzt hier im Frontend Zustandsinformationen merken, welche Clients auf welche Worker abgebildet wurden. Ich muss in meine Policy eingreifen und ich muss meiner Policy beibringen, das mit zu berücksichtigen bei ihren aktuellen Weiterleitungsentscheidungen und bei der Entscheidung, wenn jetzt von meinem roten, von meinem roten Klienten etwas kommt, dann muss ich ja hier in der Policy wieder bedenken, Oh, Worker 1 hat zwar im Moment eine geringe Last, aber der muss sich ja um Client a schon kümmern. Das heißt, eine Policy wird hier spürbar komplizierter und jetzt lege ich hier mir eben roten Zustand an, bevor ich hier entsprechend wieder zurück antworte. Also Sie merken, ja, das geht im Prinzip natürlich schon in dieser Form. Macht die Gesamtstruktur aber nicht wirklich einfacher. Das steht im Prinzip hier alles nochmal da und der wesentliche Punkt ist eben die Zustandsinformationen, die ich mir im Frontend aufbewahren muss. Vielleicht möchte ich das nicht. Vielleicht bin ich bereit, einen gewissen Preis dafür zu bezahlen, dass ich mein Frontend hier einfacher halten kann. Was wäre denn ein möglicher Preis? Der Preis ist immer Zustand aus meiner Serverinfrastruktur herauszuschieben. Ich möchte mir nichts in der Serverinfrastruktur merken. Wer kann sich alternativ etwas merken? Der Client. Der Client hat in der Regel nichts zu tun. Der Client ist normalerweise deutlich unterbeschäftigt im Vergleich zu einer Serverinfrastruktur bei solchen interaktiven Anwendungen. Das heißt, dem Client den Auftrag zu geben, sich in welchen Zustand zu merken, mit welchem Worker er reden soll. Das ist vielleicht zumutbar. Das ist Idee 2. Und das hatten wir ja schon vorbereitet. Diese Idee, indem wir gesagt haben, HTTP kann ein sogenanntes V-Direct durchführen. Und genau das machen wir uns hier zum Nutze. Ich benutze die Fähigkeit von einem Web-Server an einen Web-Client, die Information zu schicken. Frag nicht mich, frag ihn. Wie funktioniert das? Der Client holt sich wieder von DNS die Information, 1232, schickt das über Router und Frontend. Frontend ist genau die 1232. Und jetzt kann sich das Frontend wieder in aller Ruhe überlegen, was es hier tun soll, welchen Worker es hier auswählen soll. Und jetzt schickt er hier ein Widerweckt an 123101, Worker 1. Worker 1 ist der, der gerade nichts zu tun hat. Das geht wieder an den Client zurück. Und es ist nur ein Widerweckt. Es ist noch keine Antwort. Sodass der Client sieht, oh schade, ich habe noch keine Antwort. Ich muss die Antwort aber jetzt an Punkt 101 schicken. Also wir schicken ein GET 101 über den Router. Wir gehen an dem Frontend direkt vorbei. Das ist ein Paket, das nicht mehr das Frontend traversieren wird. Wenn Sie sich jetzt hier keine besonders blöde Netzinfrastruktur gebastelt haben. Dann wird hier Router direkt an Worker kommunizieren. Das ist vielleicht typischerweise ein Ethernet, das Sie dazwischen haben. Sodass dieses Paket direkt bei Ihrem Worker landet. Der kann das jetzt in Ruhe bearbeiten. Das ist eine ganz normale Anfrage. Er weiß, dass er mit dem Client reden soll. Er kann seine eigene IP-Adresse benutzen. Alles ganz normal. Und Sie schicken ein Reply zurück. Und Sie schicken ein Reply zurück. Und alles ist gut. Wenn Sie jetzt hier zustandsbehaftet sind, würden Sie hier weitere Anfragen schicken. Und Sie würden immer wieder mit der 101 reden. Alles kein Problem. Der Client hat sich das ja gemerkt. Jetzt wenden Sie vielleicht ein, naja, aber dieses Policy-Modifikationsproblem, das haben wir jetzt doch trotzdem noch. Ich muss mir jetzt halt hier an dieser Stelle im Frontend Gedanken machen, welchen Worker ich jetzt hier benutze. Policy-Entscheidung. Und auch hier kann ich mir die aktuelle Zustandsinformation gar nicht so sehr zunutze machen. Ich muss mir merken, wie viele Clients ich schon wohin zugewiesen habe. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Das müssen Sie hier machen. Aber jetzt überlegen Sie, wie oft Sie das tun. Das müssen Sie pro Client einmal machen oder pro Client-Interaktion mit Worker, pro Sitzung müssen Sie das einmal machen und nicht für jede einzelne Anfrage. Wenn der Client hier anfängt zu kommunizieren und dann hunderte von entsprechenden Get- und Puts- und Posts schickt, dann passiert das genau einmal und nicht jedes Mal. Von daher ist das viel entspannter und vermutlich okay, was den Aufwand an dieser Stelle angeht. Okay, das hat eigentlich Charme. Was ist der Preis, den wir bezahlen? Der Preis, den wir bezahlen, ist diese zusätzliche Round-Trip-Time. Wir müssen die Anfrage von hier bis hier einmal hin und zurück schicken, bevor wir sie eigentlich wirklich losschicken können. Es ist ja vielleicht nicht so schön. Aber naja, vielleicht ist das trotzdem ganz gut. Kriegen wir es vielleicht hin, dass ich hier schon etwas an Antwort mitschicken kann, statt nur ein solches wieder wegzumachen? Ja, kann man machen. Eine Idee dazu wäre, ich schreibe meine Antwort um in folgendem Sinne. Typischerweise wird ja so ein Client erstmal einen Index, HTML, Home-HTML, was auch immer anfordern. Und das fordern Sie per DNS direkt von dem Frontend an. Und das Frontend wird ja doch bitte vielleicht in der Lage sein, so eine einzelne statische HTML-Seite auszuliefern. Und in dieser HTML-Seite eine klitzekleine Sache zu machen, Sie ersetzen hier drin alles Auftauchen von Blar.com durch 1.2.3.101, durch den, durch Ihre Policy ausgesuchten Worker. Bei der nächsten Anfrage des nächsten Clients kommt hier nur 102. Sie reichen diese HTML-Seite zurück und jetzt haben Sie in dieser HTML-Seite keinen fully qualified domain name mehr stehen, sondern nur noch IP-Adressen. So, dass alle weiteren Clicks, die da irgendwo passieren, direkt auf die entsprechende Seite passieren. Das ist ein Rewriting, ein Rewriting der entsprechenden HTML-Seite. War eine Zeit lang populär, ist in letzter Zeit eigentlich eher unüblich, eher durch Redirects ersetzt. Okay, das können wir noch machen. Gehen wir auf das Bild davor nochmal kurz zurück. Wie ist das? Wir holen uns diese Redirect-Informationen jetzt hier von dem Frontend, bezahlen hier diese zusätzliche Run-Trip-Time. Ist das schlau? Ist das das, was wir wollen? Wir haben doch hier noch eine Möglichkeit. Wir haben hier doch schon mal uns einen Namen aufgelöst. Eigentlich ist das ja fast nochmal so eine Art Namensauflösung. Wobei wir hier von IP-Namen zu IP-Namen auflösen. Ist ein bisschen schräg. Ich weiß, ich missbrauche hier die Notation und die Terminologie etwas. Aber von der Idee her, ich bilde Namen auf Namen ab, ist nicht so viel anders. Aber warum mache ich das denn nicht ordentlich? Hier kann ich nicht dem DNS beibringen, so etwas zu tun. Kann ich dem DNS eine Policy-Entscheidung aufbürden, die mir dann den Mechanismus vereinfacht? In folgendem Sinne, ich lasse das DNS direkt den entsprechenden Worker aussuchen und dann sieht das Bildchen anders aus. Dann trage ich als Frontend, wer auch immer, nehmen wir das Frontend, mehrere Arbeiter hier in dieses DNS-System ein, sodass unter diesem Fully Qualified Domain Name jetzt mehrere IP-Adressen zur Verfügung stehen, und zwar die der Worker, nicht die des Frontends. Es macht das DNS vielleicht irgendeine schlaue Entscheidung oder es würfelt vielleicht im einfachsten Fall Zufall und gibt jetzt hier direkt die Worker-IP-Adresse zurück, sodass Sie hier ein Get-From und so weiter bekommen. Und der Rest ist wieder ganz normal. Der Rest ist ohne Involvierung des Frontends, das spielt hier überhaupt gar keine Rolle. Das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, sodass wir hier direkt die Antworten von unseren Workern bekommen. Das hat großen Charme, das hat großen Charme zum Beispiel, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie Ihre Worker über der Erde verteilen wollen. Sie haben welche in Japan, Australien, USA, Südamerika, Südafrika, Europa, in der Antarktis stehen. Und vielleicht ist ja das DNS schlau genug, aus der Client-Lokation, die kennt das ja, das kennt ja die Absenderadresse, aus der Client-Lokation einen Worker aus einer nahe beiliegenden Gruppe zu wählen. Das wäre cool. Dazu müssen wir uns aber über DNS nochmal unterhalten. Nehmen wir mal an, das geht, dann haben wir hier trotzdem noch eine Frage. Naja, wie ist denn das mit der Policy? Mechanistisch ist das toll. Wie ist das von der Policy her? Können Sie jetzt hier noch irgendwie plausibel argumentieren, dass Sie als DNS-System sich irgendetwas über die Last der einzelnen Worker, irgendwie die Warteschlangenlängen angucken oder sonst irgendwas? Ist das in irgendeinem Sinne naheliegend? Das ist absurd. Die Worker sind weit weg. Die Worker sind irgendwo in einem Rechenzentrum. Die vertrauen dem DNS-System vermutlich auch nicht. Warum sollten Sie als Worker die Anfrage eines externen Systems beantworten? Lieber Worker, wie ausgelastet bist du denn? Das werden Sie nicht beantworten. Es ist absurd, das zu tun. Es könnte ja wieder jeder kommen. Das heißt, ist es gut genug, wenn wir ein solches System mit einer blinden Policy versehen, die nicht irgendetwas über die Worker-Auslastung weiß, sondern blind dreht, blind würfelt. Das ist die Policy-Diskussion, die wir dann im Anschluss führen. Also, eigentlich ist das ein schönes System, eigentlich ist das eine schöne Idee, möglicherweise dieses Lastbalancieren direkt ins DNS-System auszulagern. Dazu müssen wir uns angucken, etwas mehr, wie das DNS funktioniert. Und wir müssen uns angucken, sind blinde Policies, blinde Load Balancing Policies, die vielleicht nur Zufall haben, ohne wirkliches Wissen über die Auslastung, sind die gut genug oder bezahlen wir da einen Preis? Und wenn ja, wenn wir einen Preis bezahlen, wie hoch ist der Preis? Welchen Trade-off wählen wir hier? Das machen wir in den folgenden Videos. Und zunächst mal danke fürs Zuhören.